So, Frau von Hardenbeck, als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Ich lasse schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch, erst der spitze und ziehende Einstichschmerz und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Jetzt bitte einen Brandy-Age. Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir, wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Ja und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Linus. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Wir bekommen einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um einen Job. Ja. Und die wollen mich. Ja. Ja. Herr Scherer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020